Wir sind hier in Arberg, in einem schönen Hotel Krone. Und das sind sechs Parteien an einem Podium heute zusammengetroffen und stellen ihre Programme vor. Und ich habe mich gewundert, wie in der Schweiz können sechs Parteien in einem Lokal zusammen ein Podium machen. Ich habe den Herrn Sprach von der FGP vor Ort bei mir. Und er erklärt, dass er mal die Sitzung, dass er die Mainz-Säge nicht sehen wird. Wir haben sechs Parteien, aber hier verteilt die Hüfte. Und schon bei den Grossratswahlen haben wir gesagt, wir wollen zusammen auftreten. Wir wollen zeigen, dass man auf der einen Seite kämpfen kann. Wir kämpfen für unsere Position, das ist klar. Aber um weiter zu kommen, müssen wir dann zusammen sitzen und sagen, jetzt suchen wir eine Lösung, um weiter zu machen. Sonst dürfte Politik nichts. Das heisst, in der Gemeintrag sucht man eine Gemeinsamkeit. Absolut. Ja, ja. Danke vielmals Herr Farb. Alles klar. Danke. Alles klar. Danke fürs. geen Requenza